Vermutlich tragt ihr im Winter eine Mütze gegen die Kälte oder ihr setzt euch eine Sonnenbrille auf, wenn die Sonne zu grell scheint. Helme tragt ihr gegen Kopfverletzungen, Einlagen wirken gegen diese krümmen Füße und ihr tragt Gürtel, damit die Hose nicht runterrutscht. Aber wenn es einmal nicht um euch geht, sondern darum, das Leben anderer nicht zu gefärben, ist es für manche Menschen anscheinend zu viel des Guten, ein Stück Stoff vor den Mund zu tragen. Was geht ab? Was geht ab? Klar, die Leute, die die Maske tragen, sind selber nicht mal so gut geschützt. Man schützt damit hauptsächlich andere, wenn man Masken trägt. Komedioten sind da aber eher egoistisch und verzichten auf Masken. Aber dann auch noch andere, fremde Leute im Chor einzuschüchtern und vor allem Kinder, das bringt persönlich mein Fass zum Überlaufen. Masken! 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 So, da ist die Dame, was los? Nein, komm, lasst es. Filmen, filmen nicht hin. Wenn die Leute nicht gefilmt werden wollen, dann... Wie ekelhaft und widerwärtig kann man sich denn bitte aufführen? Mir sind die Augen aus den Augenhöhlen gefallen. Als erwachsener Mensch, sich so asozial aufzuführen und das auch noch live zu streamen, haben diese Menschen ihren Kopf etwa in so ein Teilchenbeschleuniger reingehalten und wichtige Teile ihres Hirns weggepustet. Die armen Mitmenschen, das arme Mädchen ist komplett überfordert und diese Leute machen einfach weiter. Macht das Spaß oder was soll das? Ich muss sagen, diesen eklig-psychopathischen Gruppenzwang kann ich mir kaum geben. Das geht an die Substanz. Ich kriege da richtige Bauschmerzen, wenn es ums Thema Corona geht. Sieht man immer mehr, wie sich die Gesellschaft spaltet und diese Entwicklung bereitet mir ernsthafte Sorgen. Solche Leute wie diese gehören hochkant aus dem Zug rausgeschmissen und mehr. Das ist dann auch keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern ganz einfach, weil sie die Gesundheit normaler Menschen wie dieser Familie gefährden. Solche Menschen sollte man für die Erforschung des Weltalles nehmen. Ohne Rückflugtag geht am besten. Meine Güte. Leute drehen in dieser Corona-Krise immer mehr durch. Und dieses Video ist leider beileibe kein Einzelfall. Immer mehr wird man teilweise forsch von Leuten angegiftet, die Maske abzunehmen. Die können ja ihre Meinung haben, ihr Leben riskieren, aber die sollen doch bitte andere damit in Ruhe lassen. In diesem Fall machen sie sich auch noch komplett strafbar. Keine Maske ist die Gefährdung anderer. Hinzu kommt Nötigung und Belästigung. Ich hoffe auf ein paar saftige Anzeigen. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde gerade in dieser aktuellen Situation ist jede Meinung wichtig und man sollte vor allem den Diskurs mit allen Seiten suchen und mal sich alles anhören. Dennoch, in diesem Fall, jahrelang konnten wir normal leben, ohne Masken tragen zu können. Und jetzt müssen wir halt in dieser außergewöhnlichen Situation, wo wir einmal eingeschränkt sind, halt mal alle zusammenhalten, an einem Strang ziehen, damit dieses verkackte Virus uns nicht in Atem raubt. Also, bleibt negativ. Und wer hätte gedacht, dass man sich zur Verabschiedung mal wünscht, bleibt negativ. Vielleicht besser, bleibt positiv und teste negativ. In diesem Sinne, macht es gut, euer ungeschminkter Backscreen. Broadcast yourself, broadcast together.